Und ganz wichtig, ihr dürft das nicht ohne Aufsicht von Eltern nachmachen. Das Bleach ist sehr ätzend für die Augen und Haut und kann sehr gefährlich sein. Das und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Hallo, dieses Video wird besonders. Ich werde ein T-Shirt bleachen. Bleachen ist so viel wie Bleichen und ich habe hier Bleach. Bleichmittel. So. Nein, weiter an. Weiter an. Jedenfalls, es wird ganz einfach sein. Ich habe hier meine Bleize. Ich werde dann praktisch mit diesem Glas, äh, ja. Mein Bleachmittel. Damit praktisch, ja, als die Hälfte reinfallen. Und, ja. So. Und dann praktisch die, äh, empfehlt ihn dann, damit mit Wasser volltun. Mein T-Shirt. Was ich, äh, eingeknüllt habe und mit Gubbibändern zusammengetan habe, werde ich hier reinpülen. Also werde ich jetzt schon jemanden holen. Und, ja. So. 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 Jetzt haben wir hier dieses Lied. So. So. Hier sind wir das. Geht auf. So. Und jetzt. Und der Rest. Hier ist, was ist fast. Alter ist das dickflüssig. Es ist klasse. Es ist voll irgendwie habt. Sieht man das? Klasse. Wer ist das wirklich? Das ist wirklich. Gut, das bedeutet, jetzt fangen wir an. So. Ich hoffe das klappt. ich habe mich ein bisschen schade, wenn ich bin. Oh mein Gott, ich merke schon was. Alter, das ist richtig krass. Das war's, das reicht. Warte, obwohl ich hab auch voll viel übrig. So, und dann gehen wir mal auf die Elix-Seite. Das ist schon geiles. Blup, blup, blup. Das war's. Das bedeutet, das sieht richtig geil aus. Nein. Alter, das wird schon rot. Ist das krass, guck mal. Das wird schon rot, ist das geil. Krass. Komm mal mit ins Bart. Nee. Bart. Ja. Das ist gut, ich habe. Passt. So. Das sieht cool aus, oder? Warte mal. Sieht schon geil aus. Ich finde das sieht schön aus. Okay, warte. Das ist der Wasserraum. Das ist der Wasserraum. Und das ist schon der Tropfer. Wir haben ja ein wunderschönes T-Shirt. Schmeißen das ab. Machst du das wieder? So. Dann passt. Hier. Dann. Kannst du mehr? Reicht? Danke. Hier. Äh. Das hier? Jetzt nehmen wir das ganze Ding. So. Dann reicht. Dann hier rein. Dann kommt das abends zu machen. Wenn wir das nicht benutzen. Dann gucken wir das mal. Dann machen wir das mal. Dann kommt das jetzt mal. Dann geht's dann. Dunkel, ging's und auf Start. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das abends zusammen. Hi Leute. Ich habe dieses kleine Video dazu veröffnet. das erste auch zu ähm am Montag mit dem sind das heute in Abi und Dienstag, weil ich mich dafür nochmal ganz jetzt hier entschuldigen, dass das Video drei Tage lang später gekommen ist also jetzt heute kommen wird und mich am Dienstag nie kam, aber es muss noch in die Wäsche und dann hat es aber so gestorben und dann muss ich nochmal die Wäsche und dann nochmal in den Topen machen und jetzt habe ich es an und ich habe euch das Video gefallen, falls ja und dann hab ich das Video gefallen und dann lasst denke ich um und wenn du in den Kanal und dann bleib das Video gefallen und dann muss ich da nochmal drauf Und dann würde ich das Video gefallen Vielen Dank.